Mein Beschwörer hasst es zu verlieren und gibt nie auf, bis sie gewinnt. Sie weint schnell, also lass sie nicht sehen, dass du verletzt bist. Manchmal kann mein Beschwörer etwas aufdringlich sein, aber sie kümmert sich wirklich um all ihre Monster. Und am Ende ist das alles, was du wirklich brauchst. Es war mir eine Ehre, dein Monster gewesen zu sein.